Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute bei mir eingetroffen die Zur Rose Apothekenbox. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Sommerbox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Box wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank liebe Vanessa, das hast du echt cool gemacht. Ich habe mich gefreut wie Bolle, denn ich hätte mir sie sonst auch selber gekauft. Ich habe das Ganze auch schon auf Instagram gepostet, als die halt veröffentlicht wurde. Schau gerne mal bei mir auf dem Instagram-Profil vorbei. Ich heiße AIDUALGP, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter, da teile ich immer, wenn ich solche Aktionen sehe oder wenn ihr mir die zuschickt, dann reposte ich das. Und ja, genau, die Box kostet 17,99 Euro, hat einen Wert von über 48 Euro, 48,14 Euro um genau zu sein. Und ich darf auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Diese Box erscheint sehr, sehr regelmäßig, also ich glaube zu jeder Jahreszeit. Und jetzt ist es ja die Sommerbox. Ich habe, glaube ich, auch die letzte schon abgedreht. Das kann ich dir hier oben im I auch mal verlinken. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Box an. Die Apotheke zu Rose wird dieses Jahr 15 Jahre. Und ja, deswegen bedanken die sich halt auch irgendwo in gewisser Art und Weise bei ihren Kunden. Ist halt eine Online-Apotheke. Das heißt, regulär bekommst du da halt so Medikamente und Produkte von Marken, die du so in Apotheken bekommst. Auch zur Gesichtspflege, Körperpflege und so weiter. Und ja, die haben sich halt überlegt, dass es ganz cool wäre, eine Box halt zu gestalten, die vom Wert her deutlich höher ist als das, was quasi die Box kostet. Und deswegen danke. Und das finde ich schön. Genau, das ist halt aufgebaut wie ein Geschenk und das finde ich ganz hübsch. Und ja, wir öffnen hier an der Seite einfach mal die Klebeviecher. Hier haben wir dann den Flyer mit den Produkten. Und hier hinten stehen auch die Produkte nochmal beschrieben drauf. Hier haben wir dann auch den ersten Blick in die Box. Und ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus, denn das Erste, was uns anlacht, ist tatsächlich eine Gesichtsmaske von Dermazelle. Todesmeer-Tuchmaske Detox-Effekt grüner Tee. Befreit und verfeinert die Haut. Schützt vor freien Radikalen. Ciao. Und das finde ich ganz super. Ich liebe Tuchmasken. Und die brauchst du auch nur 10 bis 15 Minuten auf deinem Gesicht lassen. Ich weiß, ich weiß, es ist alles nicht so umweltfreundlich mit den Tuchmasken. Aber ich stehe einfach drauf. Ich liebe Tuchmasken. Ich mag diesen Moment von Me-Time, Chillness. Mich nach der Arbeit einfach duschen, chillen, Gesichtsmaske drauf. Ja, das ist echt auch. Ich liebe es einfach. Und sowas kannst du im Sommer 1a auch in den Kühlschrank packen. Also egal, welche Art von Augenpatches oder Tuchmasken oder Augenroller oder sonst irgendwas. Packt euch das einfach in den Kühlschrank. Dann habt ihr nämlich noch so einen schönen Kühleffekt mit dabei. Jetzt gerade ist bei uns Weltuntergang. Also es ist am Regnen und furchtbares Wetter. Mit 100% Naturreinen, totes Meer, Mineralien. Und das finde ich auch cool. Jo. Wird auf jeden Fall, ich denke sogar heute Abend mal angewendet. Dann haben wir hier etwas von Kneipp drin. Richtig toll. Lippenpflege mit Depot-Effekt Wasserminze und Aloe Vera. Das ist eine Hydro-Pflege. Sprich, das soll dann auch Feuchtigkeit für die Lippen geben. Und das macht durchaus Sinn. Also jetzt in der aktuellen Zeit brauchen wir Feuchtigkeit für die Lippen. Also dementsprechend finde ich das klasse. Und ich merke gerade, dass ich vergessen habe, mir irgendein Lippenprodukt drauf zu geben. Ey, was soll da denn? Was soll da denn? Was soll da denn? Ein bisschen Lippenöl, ein bisschen Lippenpflege darf wohl sein, ne? Genau. Finde ich gut. Und wahrscheinlich hat dieses Wasserminze auch so ein bisschen diesen kühlenden Effekt. Also das kenne ich aus anderen Produkten, wenn das da mit drin ist, dass es so leicht dieses Kühlen hat. Finde ich gut. Sehr, sehr toll. Noch eine Maske ist hier drin. Und zwar von März Spezial. Die Beauty Institute Detox-Maske mit Meeresalke und Leinöl. Klärt die Poren tiefenwirksam und verfeinert das Hautbild. Hier sind zwei Anwendungen drin. Und ja, die hatte ich auch schon das ein oder andere Mal in der Hand. Und ich muss sie unbedingt mal verwenden. Ich habe sie noch in meiner Maskensammlung drin. Aber ich habe sie noch nicht verwendet. Muss ich austesten. So. Dann haben wir etwas, was ich ebenfalls richtig gut finde. Und zwar, ja. Wir laufen die ganze Zeit auf ihnen rum und belasten sie. Und vergessen dann bei der ganzen Körperpflege, die wir so betreiben, einfach mal sie auch mit zu pflegen. Unsere Füße. Und hier ist von Eubos, äh, Urea 10% eine Fußcreme. Und das ist das hier. Das ist so eine Spezialpflege. Äh, da sind 100 Milliliter in dieser... Ne, Quatsch, da sind nicht 100 Milliliter drin. Was ist denn da drin? Hier steht drauf, erhältlich als 100 Milliliter. Das ist eine Probe. Ich weiß nicht. Hier steht nicht drauf, wie viel da drin ist. Und das kommt dann einfach auf die Füße. Und das pflegt die Füße. Und das finde ich gut, denn ich creme meine Füße jeden Abend ein. Da bin ich sehr akribisch. Das hier kommt mir auch bekannt vor. Das hatte ich letztens auch schon in der Hand. Von Teba Tete Sept Aloha Paradise. Ähm, das ist eine vegane Dusche. Kokoswasser und Pink Grapefruit. Spürbar belebende Aromaplegedusche. Das finde ich auch schön. Joa, sowas kann man jetzt ganz gut gebrauchen. Ich bin jetzt kein Fan von Kokos. Aber Kokoswasser riecht jetzt nicht so wie dieses Kokosfruchtfleisch. Sage ich jetzt einfach mal. Genau. Deswegen, das geht. Das ist Beach Edition. Also quasi jetzt passend zum Sommer auch. Du hast da Flamingos drauf. Flamingos sind großartig. Ich mag Flamingos. Und ich riech nix durch. Ja, das riecht schon sehr nach Grapefruit, ne? Vielleicht wenn es wirklich draußen richtig, richtig, richtig heiß ist, ist das eine schöne Erfrischung. Muss ich gucken. Also ich hab ja noch einiges im Backup, aber ich weiß noch nicht. Bei manchen Produkten, die behalte ich. Manche Produkte gebe ich weiter. Erkennt das von mir, ne? Gut. Dann haben wir etwas. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Box mit drin. Von Pharmawerde. Olivenhandseife. Das finde ich auch wieder gut. Mensch, ich finde heute echt so viel gut. Ich bin leicht zu begeistern. Sorry. Ähm, ich hatte einen harten Tag und ich freue mich gerade darüber, dass ich jetzt einfach mal so eine coole Box auspacken kann. Heute Morgen fing das schon an, dass auf meinem Arbeitsweg ein Unfall passiert ist, sodass ich einen riesengroßen Umweg fahren musste. Da sind zwei Autos frontal ineinander geknallt. Ähm, ist aber, ne? Also beide sind leicht verletzt. Ins Krankenhaus gekommen. Habe ich mir nachher online nachgelesen. Und, ähm, ja. Das war schon mal ein kleiner Schock für mich, ne? Das einfach morgens so zu erleben. Ähm, ich habe zwar nicht den Unfall gesehen, aber ich habe halt das so in der Ferne gesehen. Da hat man halt gesehen, dass da zwei Autos zusammengeknallt sind. Und dann macht man sich halt direkt Sorgen. Ähm, habe dann irgendwie eine halbe Stunde Umweg gehabt. Läuft bei mir. Und war dann irgendwann auf der Arbeit. Und dann bin ich, äh, von der Arbeit eben nach Hause gefahren. Und dann blinkte meine Motorkontrollleuchte. Ich habe ein Déjà-vu, denn das tat sie vor einem Jahr auch schon mal. Und danach hatte ich einen Schaden von, ich glaube, 3000 Euro. Klopf auf Holz, dass das nicht wieder passiert, ne? Morgen kommt es auf jeden Fall in eine Werkstatt und da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, ob ich hier eine Olivenhandseife von Pharma werde. Entschuldigung für den kleinen Schwenk, Schwenk in meine Realität aktuell. Ähm, genau. Ich benutze aktuell sowohl bei Shampoo als auch bei Handseifen im Wechsel feste und flüssige Geschichten. Ähm, weil ich das halt auch irgendwo ein Stück weit umweltfreundlich finde, ne? Diese festen Geschichten zu verwenden. Bei dem hier muss ich aber sagen, das ist so ein beschichtetes Papier. Also so ultra umweltfreundlich ist es dann vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht. Hm. Die Pharma werde Olivenhandseife. Pflegt die Haut und schützt sie vor dem Austrocknen. Sie macht ihre Haut geschmeidig und zart. Das finde ich auch wieder klasse, wenn du nicht nur deine Hände sauber machst, was wir jetzt ja aktuell etwas häufiger machen, sondern sie auch gleichzeitig pflegst und dass es nicht austrocknet dann, ne? Riecht halt einfach nach einer ganz normalen Handseife. Jo. Ist wahrscheinlich auch wieder ohne Parfümstoff oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. So. Dann haben wir hier von Eubos Hyaluron 3D Booster. Dreifach Hyaluron Komplex mit Provitamin, Polstert auf und strafft. Und das sind dieses, äh, dieses Tübchen mit 6ml ist hier enthalten. Und, ähm, ja. Das finde ich auch gut. Das ist dann wie ein Serum quasi, denke ich mal, ne? Das machen wir ja morgens und abends. Toner, Serum, Gesichtscreme. Und zwischenzeitlich auch noch Augencreme drauf, ne? Deswegen ist das eine ganz gute Geschichte. 6ml einfach mal zum Ausprobieren finde ich ganz gut. Dann, Mensch, noch was von Eubos. Eubos ist gar nicht mal so günstig, Leute, ne? Anti-Age Multi-Active Mousse. Ein sanfter Reinigungsschaum. Entfernt, schont, aber gründlich Schmutz und Staubpartikel mit Ectoin, Glykoin und Aloe Vera. Jo. Das ist schön. So was verwende ich gerne unter der Dusche. Nicht zum Abschminken, sondern wirklich, um den ganzen Schmodder vom Gesicht zu waschen. Jetzt nicht unbedingt Schminke oder so, ne? Das ist halt vorher dann beim Abschminken. Aber was so in den Poren sitzt, was sich so über die Zeit angesammelt hat, über den Tag. Und dass man da einfach mal so, ne? Weil im Duschen, ich dusche abends, dass man da halt einfach nochmal so eine Gesichtsreinigung macht. Und so ein Schaum ist eigentlich ganz nett. Den werde ich auch mal austesten. Und, ja, wenn das so eine medizinische Hautpflege ist, dann ist das wahrscheinlich auch ganz gut für meine sensible Haut geeignet. Finde ich klasse. Doch. Hände und Gesicht leicht anfeuchten, den Reinigungsscharm auftragen und leicht einmassieren. Selbst schäumend, ohne Treibgas. Och, guck mal, das ist auch ganz nett. Mit lauwarmen Wasser gut abspülen und Augenkontakt vermeiden. Da muss ich gestehen, dass wenn ich mir sowas auftrage, mach ich so. Ich bin dann ja unter der Dusche, dann kann ich das ja eh abspülen, ne? Ja, gut. Noch was von Pharmaverde haben wir hier drin. Also in dieser Box sind wohl bestimmte Marken vielfach vertreten. Wir haben hier Pharmaverde einiges drin. Wir haben Eubos drin. Und ich sehe hier auch ein zweites Produkt von Kneipp. Und zwar ist das hier die Orangenblüte Handcreme. Ja. Das ist doch mal was. Da muss ich an die liebe Mrs. Rosa Roth denken, an die liebe Vanessa. Denn die mag Oranges sehr, sehr gerne. Vielleicht kommt das demnächst mal in ein Tauschpaket oder so mit rein. Das muss ich mal gucken. Ich sammle nämlich aktuell sowieso was für sie. Und dann kann ich das mit reinpacken. Da wird sie sich doch freuen. Ja. Handcreme ist auch eine gute Geschichte. Brauchen wir aktuell sehr viel. Also ich habe jetzt letztens ja eine Aufgebraucht-Video gedreht. Das kommt aber noch. Da habe ich schon wieder eine Handcreme aufgebraucht. Also wirklich, ich creme sehr, sehr häufig jetzt meine Hände ein. Dadurch, dass ich die auch so häufig wasche, brauche ich das einfach und auch desinfiziere. Wie schon angekündigt, haben wir hier ein Produkt von Kneipp drin. Und zwar Goodbye Stress mit Wasserminze und Rosmarin. Eine Badeessenz. Verwandelt Stress in positive Energie. Ei, was fein. Das finde ich klasse. Doch. Ich habe leider keine Banewanne. Aber das ist nicht schlimm. Denn sowas ist auch immer ein 1A-Produkt zum Verschenken. Zum Beispiel für meine Stiefmama. Weil die hat eine Badewanne. Die geht regelmäßig baden. Und die wird sich garantiert darüber freuen. Ich habe ihr auch schon mal so Badebomben und sowas geschenkt. Und das findet die immer total klasse. Und deswegen denke ich, dass ich ihr damit auch echt eine Freude machen würde. Ja. Und Goodbye Stress. Das kann doch jeder gut gebrauchen. Komm, wir riechen mal so ein bisschen dran. Oh, das riecht super angenehm. Das ist ja, das wird das Wasser ja auch schön türkis färben. Also ich würde es hardcore feiern. Das riecht nicht irgendwie nach Saunaaufguss oder so. Weil das habe ich ja manchmal bei diesen Badeessenzen. Das riecht, ich weiß nicht, diese Wasserminze, die riecht schon ganz gut. Und ich denke, dass du sowas dann auch gut im Sommer verwenden kannst. Weil das dann nicht zu warm vom Duft her ist. Weißt du? So, so meine ich das. Läuft bei mir. Okay. Dann haben wir hier noch ein Produkt drin. Und das ist für meinen Freund. Und da wird er sich drüber freuen. Denn über Deo freut er sich immer. Äh, von Butchers Sun oder Butchers Sun. Care, don't kill. Auch nett. Deodorant for men. Mit Cooling-Formel. 24 Stunden Schutz. Medium. Warm und erdig. Mit Bergamotte und Lederduft. Oh. Ich meine mich zu erinnern, dass er auch von Butchers Sun oder Butchers, von diesem, ne? Dass er schon mal ein Deo davon hatte. Es hat gut gerochen. So, ihr schütteln. Boah, das riecht voll gut. Oh, das riecht super angenehm. Mh. Ja. Warm und erdig. Ich weiß nicht, aber dieses Ledergedöns, das riechst du. Oh, das riecht toll. Das mag ich gerne leiden. Doch. Da wird er sich hoffentlich auch drüber freuen. Und dann haben wir hier als letztes noch etwas Rotes drin. Mit Herzchen. Herzliche Grüße aus ihrer Apotheke. Ne? Das ist so eine wiederverwendbare Tragetasche. Die kriegst du dann wahrscheinlich auch mal, wenn du in der Apotheke bist. Ne? Kriegt man sowas auch gerne mal mit dabei. Und hier haben wir dann einfach mal eine Tasche. Das finde ich auch gut. Da kannst du gut mal was reinpacken. Und die passt auch schön in eine Handtasche mit rein, dass man die einfach mal mitnehmen kann. Und ja, dann spart man sich einfach mal beim Shoppen oder so die Plastiktüte. Und Leute, das war schon die Box. Und ich finde, dass sie sehr gelungen. Ich finde es ehrlich gesagt sogar richtig gut, dass wir hier auch ein Produkt für Männer so mit bei haben. Dass wir ein Produkt für Frauen mit dabei haben. Und alles andere ist ja eigentlich Unisex. Deswegen finde ich das klasse. Also muss ich wirklich sagen. Eine gelungene Box. Vielen Dank für die geile Kooperation. Das, ja. Und denkt dran, dass ihr in diesem Video eine Box gewinnen könnt. Wie gesagt, alles, was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Ihr Lieben. Ja, das war es dann auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.